Jatara Parivritti Drehung des Bauches Viele Asanas bewirken Jatara Parivritti und werden deshalb auch als solche bezeichnet. Zum Beispiel das drehende Krokodil Vishnuprema zeigt wie es geht. Von der Rückenlage, Shavasana ausgehend, beuge ein Knie und beuge zum Beispiel das rechte Knie und drehe es nach links. Gib dabei die linke Hand auf das Knie und schaue nach rechts. Eine weitere Variation ist mit beiden Knien. Vishnuprema zeigt es für die andere Seite. Beide Knie gebeugt und nach rechts geben. Diese ist eine Drehung eben von Jatara, dem Bauch. Weitere Möglichkeit ist im Sitzen. Du kannst von der Sitzhaltung ausgehen, von Upavishta. Kannst du die Fußsohlen auf den Boden geben, mit der linken Hand über das rechte Knie fassen und dann die rechte Hand nach hinten. Auch hier ist der Bauch gedreht. Auch alle Variationen von Ardha, Matsyendrasana sind Jatara Parivriti, also Drehungen des Bauches. Im Stehen gibt es auch Drehhaltungen, also Utthita Jatara Parivriti. Zum Beispiel kannst du das rechte Knie heben und mit der linken Hand um das rechte Knie fassen und dann dich nach rechts drehen, den rechten Arm graziös nach hinten geben und das linke Knie so weit wie möglich nach links. Und so wird auch wieder der Bauch gut massiert. Das kannst du auch noch auf der anderen Seite machen. In dem indischen Ayurveda spielt das Verdauungsfeuer Jatara Gni eine besondere Rolle. Das heißt, wenn dieses Verdauungsfeuer gesund ist, stark ist und harmonisch, kannst du die Nahrung gut verdauen und insgesamt kommst du zu deinem natürlichen Dosha, zu Prakriti. Und viele der Asanas haben als Ziel, Jatara Gni zu harmonisieren und dazu gehören auch die viele Jatara Parivriti Asanas. Heutzutage im westlichen Kontext sind die Rückenprobleme oft vorherrschend und so wird gesagt, alle Drehhaltungen helfen gegen Rückenprobleme. Es scheint, dass im alten Indien die Verdauungsprobleme stärker waren und im modernen Westen die Rückenprobleme intensiver sind. Aber für beides sind sie letztlich gut. Alle Jatara Parivriti helfen, um Bauchorgane zu harmonisieren, Rückenprobleme zu beseitigen und dich zur Harmonie zu führen. Rückenprobleme. 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 Rückenprobleme.